Das war eine Nummer, die hat der Peter gemacht, in seiner Bundesheerzeit, er ist in Tschechien geboren, hat er dort seine Bundesheer gemacht, in der Nähe von der russischen Grenze, und da haben sie ihn ziemlich herkaniffelt, was er mir so erzählt hat, und jetzt hat er den nochmal auch die Ui-Bahn genannt, auch gut, und gleich drauf, weil ihm die Russen so etwas Gas gegeben haben, hat er einen Russian Roll gemacht, und den spielen wir euch jetzt vor. Musik Musik Hey 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018